Da ist diese eine Frau und die gefällt dir, mein Lieber. Die ist süß, die ist anziehend, die hat irgendwas Besonderes, die ist nicht so wie alle anderen, die scheint smart zu sein, die hat was auf dem Kasten. Und irgendwie ist sie vielleicht auch ein Stückchen von dem Ideal, das du dir immer vorgestellt hast als Traumfrau. Aber du weißt nicht, ob sie dich mag. Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei, du weißt nicht, wie du dich überwinden sollst, auf sie überhaupt zuzugehen. Und Problem Nummer drei, wie kannst du jetzt Anziehung erzeugen, wenn du mit ihr sprichst? Was machen wir dann? Ich sage dir, was wir dann machen. Dann hören wir nämlich den Freundinnen finden Podcast, denn in dieser Folge, Folge 87, werden wir dir die Basis geben, dessen wie du verstehst, was ein attraktives Mindset überhaupt ist. Was also Anziehung vom ersten Hallo, vom ersten Blick an schon ausmacht. Und wie du diese Anziehung von Anfang an für dich nutzen kannst. Es geht in die Tiefe, mein Lieber. Du wirst hier sehr viele Fachbegriffe hören. Wir werden hier zusammen, gemeinsam in die Psychologie reingehen. Wir werden über dein Unterbewusstsein sprechen. Also bitte, mach langsam. Wenn du gerade Auto fährst, dann genieß es, so wie immer. Hör dir die Folge an. Aber vielleicht willst du die Folge dann irgendwann in Ruhe nochmal anhören. Ich habe nicht zu viel versprochen, das wirst du gleich selber merken. Mit diesen Worten herzlich willkommen zum Freundinnen finden Podcast. Mein Name ist Andi Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Mit dabei haben wir wieder Dominik Vanave, dessen Video gerade eingefroren ist, aber du wirst ihn gleich im Hauptteil nach dem Intro sehen. Versprochen. Also los geht's. In der Gruppe gibst du ja gerade den Männern eine richtig coole, längere Sonderschallenge, Dominik. Und das Feedback der Männer ist ja echt durch die Bankweg positiv. Also die lieben ja gerade diese Sonderschallenge. Geht's ja um attraktives Mindset, um Blockaden, um wahres Selbstbewusstsein und so weiter. Und ich habe mir überlegt, dass wir heute dir, lieben Podcast-Zuhörer und Zuschauer, wir können dir nicht alles mitgeben, weil es ist zur Zeit wirklich, da kriegen die Männer bei uns im Coaching jeden Tag einen extra Call, jeden Tag eine extra Aufgabe. Das ist einfach so ohne Meditation. Und es ist einfach sehr viel. Also wir können dir nicht jetzt alles mitgeben. So, das geht natürlich nicht. Aber wir wollen, wir wollen dir echt versuchen, das rauszudistillieren, um dir wenigstens einen Einblick zu geben, dass du verstehst, was dich bisher zurückgehalten hat, in welchen Blockaden du wahrscheinlich einfach feststeckst und welche du ändern solltest. Ja, also welche Sichtweise oder welche Handlung du tatsächlich als Gewohnheit mittlerweile etabliert hast, die dich einfach nicht vorwärtskommen lässt. Und weswegen du nach wie vor das Gefühl hast, dass Frauen oder die Frauen, die du magst, dich nicht mögen. Ja, dass du sie nicht finden kannst, dass du nicht weißt, wie du die Anziehung erzeugen sollst. Auch wenn du nicht weißt, wie du sie ansprechen sollst. Wenn du der Meinung bist, dass du weißt, wie du auf sie, wenn du mal im Gespräch bist, ja, dann läuft das Ganze. Aber du weißt halt nicht, wie du auf sie zugehen sollst. Ja, dann hast du genau dasselbe Problem. Ja, weil wir sprechen hier ja von einem Grundverständnis von deiner eigenen Anziehung. Und es ist nicht so, als ob die erst beginnt, wenn du im Gespräch mit einer Frau bist. Entweder du hast ein Verständnis von Anziehung für dich selber oder nicht. Und wenn du es hast, dann kannst du auch ohne Probleme auf Frauen zugehen. Also ein sehr allumfassender Begriff, den wir einfach mal dir heute auseinanderfriemeln wollen mit den Grundessentials, dass du verstehst, was ein attraktives Mindset ausmacht. Ein wirklich attraktives Mindset. Und Dominik, vielleicht gehst du einfach mal über den Begriff kurz mal drüber. Ja, klar. Wenn wir uns Attraktivität nämlich anschauen, dann müssen wir uns erstmal fragen, was ist überhaupt Attraktivität? Und Attraktivität erstmal so, das ist einfach nur ein anderes Wort für Anziehung. Also das ist jetzt kein großes Aha-Erlebnis, das du hier hoffentlich hast. Wenn doch, dann cool. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber Anziehung ist einfach Attraktivität. Und Attraktivität ist Anziehung. Und wenn wir vor einigen Jahren, als du und ich, Andi, so auf unsere Reise gestartet sind, ich weiß noch, so vor über zehn Jahren war so der landläufige Begriff oder so eine landläufige Aussage, die viele, viele getroffen haben, wie kann ich bei dieser Frau oder bei Frauen Anziehung erzeugen? Und das fand ich damals schon immer sehr komisch. Weil Anziehung, warum sollten wir die erzeugen können? Das hat für mich damals schon so nicht so Sinn gemacht. Und immer mehr über die letzten Jahre bin ich zu der Erkenntnis gekommen, wir können Anziehung einfach nicht aus dem Nichts erzeugen. Weil Anziehung schon immer da ist. Weil, was zieht denn an? Wenn du dir vorstellst, so in deiner Umwelt, in deinem alltäglichen Leben, was ist der Inbegriff von etwas, das Anziehung verkörpert? Ein Magnet, wahrscheinlich. Und wenn ich jetzt sage, ich will Anziehung erzeugen, dann bin ich wahrscheinlich kein Magnet. Das Ding ist aber, wir sind Magneten. Wir ziehen an. Die Frau zieht an und du ziehst an als Mann. Und Anziehung wird halt nicht erzeugt. Wenn keine Anziehung da ist, also wenn ein Magnet ein Ding nicht anzieht, dann wahrscheinlich, weil seine Polarität sehr, sehr schwach ist. Weil seine Anziehung sehr schwach ist. Und genauso haben wir als menschliche Magneten, die entsprechend dann die entgegensetzte Polarität anzieht. Zum Beispiel dann die Frau in deinem Leben. Wenn du eine gewisse Frau toll findest, dann hat sie eine gewisse Anziehung. Du aber nicht, wenn sie dich nicht toll findet. Das heißt, diese Anziehung, die ist bei dir schwach, weil deine Polarität gehemmt ist. Und diese Polarität, die kannst du dir vorstellen, die ist gehemmt durch gewisse Blockaden. Und diese Blockaden sind sehr weit verbreitet in deinem Mindset. Und Mindset ist entsprechend, um jetzt nicht nur einen englischen Begriff zu verwenden, der vielleicht gar nicht so viel für dich bedeutet. Mindset ist das, was du über die Welt glaubst, das, was du über dich glaubst, das, was du glaubst, imstande zu sein, das, was du glaubst, wert zu sein. Ja, das ist ein ganz großer, allumfassender Schirmbegriff im Prinzip, darüber, wer du bist, was du über dich glaubst, was du denkst, was du wert bist. Und wenn da einfach gewisse Blockaden drin sind, dann wirst du einfach nicht diese Polarität ausstrahlen können, um anziehend zu sein für die Frauen, die du anziehend findest. Da wird einfach dann kein Magnetismus stattfinden. Und das ist das im Prinzip, womit ich dann auch diese Challenge, von der du an die gerade gesprochen hast, mit der ich die eingeleitet habe. Wir haben ein dreistündiges Webinar gehalten. Und jetzt sind wir an Tag drei heute. Dieser Challenge und die Männer sind schon seit gestern, wir haben gestern eine krasse Meditation gemacht. Die Männer sind völlig von den Socken hin und weg und haben eine sehr unruhige Nacht gehabt. Das heißt, wenn du diese Challenge auch einmal machen möchtest, dann komm zu unserem Programm. Die findest du im Wohnungsbereich bei uns im Programm. Aber genug an Werbung für diese Challenge gerade. Es gibt nämlich Hürden zu dieser Attraktivität. Sollen wir die schon mal hier so auspacken, Andi? Oder was meinst du? Lass uns noch ein bisschen diese Basis mehr erklären, weil was du gerade gesagt hast, das ist vielleicht für manche komplett neu. Weil tatsächlich dieser Gedanke, ich muss was tun, um anziehend zu wirken, der ist ja in uns ganz normal, sage ich mal. Und normal heißt nicht, dass er da hingehört. Mit normal meine ich gerade nur, dass er sehr regulär verteilt ist. Also dass du den in fast allen Menschen finden kannst. Und dieser Gedanke, der ist weder gesund noch ist er natürlich. Also so gesehen ist er nicht normal, weil er in der Natur nicht überall zu finden ist. Aber in uns, dieser Gedanke, ich muss etwas tun, damit ich den anderen von mir überzeugen kann, der ist in der Tat nur ein Beweis dafür, wo du einfach ein falsches Selbstverständnis hast. Weil was wir immer sagen ist, du musst nichts weiter tun. In dir steckt schon alles, was attraktiv auf Frauen wirken kann. So, du kannst schon längst mit der Traumfrau, die du dir schon immer gewünscht hast, zusammen aufs Date gehen, einen Glühwein trinken gehen, auf dem Weihnachtsmarkt und da einen wunderschönen Abend erleben, wo ihr zwei noch euren Enkelkindern von erzählen werdet. Das kannst du jetzt haben. Ohne Frage, ohne Zweifel. Und das haben wir schon oft genug bewiesen. Das ist nicht einfach nur so ein Spruch. Oder ja, die Idee ist ganz nett. Jungs, das habe ich euch bewiesen, das habt ihr euch selber bewiesen. Die Männer, die bei uns in Florenz mit dabei sind, wenn ich mit den Männern eins zu eins wirklich gemeinsam rausgehe und sie feststellen, dass Frauen ganz anders auf sie reagieren, wie sie schon längst, wie sie immer gedacht haben. Ja, wenn wir da am dritten Abend bei Date Night alle rausgehen und innerhalb von 90 bis 120 Minuten hat jeder ein Date von ihnen und sitzt da bei diesem Aussichtspunkt und genießt den Abend. Also sowas kannst du ja nicht erschaffen, wenn du nicht attraktiv bist. Das heißt, die Männer sind ja alle schon attraktiv, sie haben nur nicht an sich geglaubt. Und das hast du bestimmt schon öfters gehört, dass du nicht an dich glaubst oder dass du mehr an dich glauben solltest. Da steckt auch Wahrheit dahinter. Aber wie glauben wir denn an uns? Wie glauben wir denn an etwas, wovon wir bisher keine Beweise gesehen haben? Ja, wie soll ich daran glauben, dass ich attraktiv bin, wenn ich dafür noch keine Beweise gesehen habe? Und da kommen wir jetzt, denke ich, zu dem zweiten Punkt, den du anschneiden wolltest, Dominik. Ja, genau. Also wenn wir davon ausgehen, wir sind der Magnet, wir sind attraktiv, wir ziehen an, ganz automatisch, von Natur aus, dann müssen wir uns fragen, warum tue ich das denn nicht? Oder was macht ein Magnet auf der anderen Seite, was macht ein Magnet, um anzuziehen? Also zweifelt der an sich, ob er gut genug ist, dass er ein gewisses Ziel anzieht? Und sitzt er da und grübelt und zerdenkt darüber, was er alles in seiner Vergangenheit getan hat und was der Grund ist dafür, dass es heute nicht klappt? Macht er wahrscheinlich nicht. Und er wird auch nicht hart daran arbeiten, um dieses Ziel, was er anziehen möchte, anzuziehen. Das ist nicht etwas, was ein Magnet tut. Also du bist von Grund auf schon magnetisch. Du bist von Grund auf schon anziehend. Und das Einzige, was du tun musst, ist, diese Hürden, diese Blockaden zu eliminieren in deinem Denken, in deinem Fühlen, in deinem Sein, um entsprechend dann in diese Anziehung zu kommen. Und diese drei Hürden, die sind so alt wie die Menschheit. Und das ist so crazy. Wenn dir das mal auffällt, dass du diese drei Hürden überall wie so eine Schablone aufsetzt, beziehungsweise da diese Rezeptoren für hast und da so sehr empfänglich dafür bist, dann siehst du das erst mal überall. Und es ist dann auch kein Wunder, dass du nicht deine Ziele erreichst, dass du nicht die Frauen in deinem Leben hast, die du gerne möchtest, dass du nicht das Selbstbewusstsein hättest, was du gerne möchtest. Aber welche drei Hürden sind das? Und wenn ich die gleich aufzähle, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, natürlich. Klingt einleuchtend. Weiß ich. Habe ich schon mal drüber nachgedacht? Oder ja, ich weiß, das ist genau mein Problem. Das ist nichts Neues, was ich dir jetzt gleich sagen werde. Das ist kein neues Rezept. Das ist kein neues Ding, was du lernen musst. Diese Dinge sind so alt wie die Menschheit selber. So alt wie das Denken selber. So, was sind diese Dinge? Diese Dinge sind, die werden eingesetzt, jetzt war ich noch ein bisschen spannender, in der Werbung, damit du mehr kaufst, damit du gewisse Dinge kaufst, aber die werden auch in der Propaganda eingesetzt. Deswegen ist es auch zum Beispiel so wichtig, dass du keine Nachrichten verfolgst. Nachrichten ist einfach nur einfach nur ein Business, das dir die ganze Zeit sein Marketing vorspielt. Und das läuft auf jedem Kanal. Das ist so crazy, wenn du dir mal vorstellst, dass irgendwie, keine Ahnung, Kraftketchup die ganze Zeit im Fernsehen läuft und dir sagt, wie toll Kraftketchup ist. Da würdest du auch sagen, was soll die Scheiße? Also, Propaganda ist entsprechend genau diese, die in diese Kerbe reinfließt. Und diese Kerbe und diese drei Blockaden sind Angst, Unsicherheit und Zweifel. Angst, Unsicherheit und Zweifel. Angst wird geschürt. Ich glaube, es war noch nicht oft genug. Angst, Unsicherheit und das war das Dritte. Ich weiß es nicht. Das meinte ich aber nicht. Ich meinte, diese drei Begriffe, die lassen, also, wenn du, wenn du irgendein Problem, in Anführungsstrichen, hast, mit dem anderen Geschlecht, mit den Job zu bekommen, den du gerne hättest, mit der Beziehung zu halten, die du gerade hast, irgendeines, hat das so krass, so übergreifend, ist diese, ja, diese von, von der Kindheit auf imprägnierte, dieser, dieser Fehler im, im Operating System, also im Betriebssystem, den wir irgendwann mal bekommen haben, weil wir, den hatten wir am Anfang nicht, ja, diesen Fehler, den haben wir irgendwann mitbekommen und der lässt sich echt auf diese drei Begriffe runterbrechen. Das, da wollte ich hier gerade nochmal noch das Lesezeichen reinstecken, ja, Angst, Unsicherheit und Zweifel, ja. Weil, also die, die Ängste, die, die wir bei euch oft hören, wenn ihr, wenn ihr in die, in die Charisma-Analyse kommt, dann, sprecht ihr oft zum Beispiel von Ängsten, von, von Angst vor, vor Zurückweisung oder irgendwie Angst vor, Angst abgelehnt zu werden, so, was sollen denn die anderen von mir denken zum Beispiel, also die Angst vor, was, was die, was eine Gruppe von dir denkt, die, die, die Masse von dir denkt, die Angst vorm Scheitern auch vor allem und aber auch so, was, was in vielen Menschen vorhanden ist, ist halt so die, die Angst vor Schmerz, die Angst vorm Tod und diese, wenn, wenn Sachen entsprechend in diese Ängste reinspielen und wir nicht das Bewusstsein haben, dass gerade diese Nachricht auf uns einprasselt und wir ganz automatisch darauf reagieren, dann wird halt der Angstschalter in uns gedrückt und das limitiert unsere Polarität. Wir sind dann direkt nicht mehr, nicht mehr zentriert, wir sind nicht mehr wir selber, wir handeln, wie das, wie das, wie das Zebra am Wasserloch, das gerade ein Krokodil gesehen hat. Wir rennen weg, panisch. Und das, so, handeln halt auch nicht mehr, nicht mehr so, wie unser höheres Selbst handeln würde, nicht mehr selbstbewusst, sondern aus, aus unserem Überlebensmodus. So, wir rennen weg, wir kämpfen auch entsprechend, wir sehen es auch, wenn wir, wenn wir die Temperatur von gewissen Emotionen scannen. Wenn jemand Angst hat, dann sind, ist sein Blutfluss, der geht dann in seine, seine Beine und Arme, damit er wegrennen kann. Auch ein bisschen Blutfluss ist dann so im Augenbereich, damit er, also die Augen weiten sich, so, da ist dann mehr Energie, so, damit er halt so mehr den Feind sieht oder was auch immer oder den Gegner sieht und den Ausweg sieht und was auch immer. So, aber Arme und Beine, um wegzurennen und einen Weg finden. Wäre zum Beispiel so, wenn du in der Energie, kleines Beispiel nochmal, so, wenn du in der Energie von Wut bist, dann ist sehr viel, sehr viel Energie so in deiner Brustgegend und in den Händen. Ja, also wütende, wütende Menschen haben sehr viel Energie und sehr viel Blutfluss in den Bereichen, wo sie sich verteidigen und entsprechend, wo sie zuschlagen. Aber, ja, diese, wenn wir im Überlebensmodus sind, dann handeln wir nicht mehr so, wie wir wirklich sind. Die zweite Blockade ist die Unsicherheit und Unsicherheit ist halt so, Warten, das ist ein Beispiel, was ich ganz, ganz interessant finde, vielleicht kennst du das, Warten auf ein Testergebnis. Angenommen, du machst irgendwie Freitag ein Testergebnis. Das kann für eine Prüfung sein, das kann aber auch irgendwie so ein ärztliches Testergebnis sein. Und nehmen wir mal an, das war so ein ärztliches Testergebnis und das war halt so, für was, was du irgendwie vermutest. Oh nein, vielleicht habe ich das und so weiter. Und dann machst du am Freitag diesen Test und dann sagt dir der Arzt so, ja gut, dann rufen sie mal am Montag an, dann haben wir die Testergebnisse. Das Labor ist am, über das Wochenende nicht besetzt. Und das ganze Wochenende machst du dir im Kopf darüber, wie, wie schlimm das ausgehen könnte. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn das jetzt alles so den Bach runter geht? Was ist, wenn ich jetzt doch krank bin? Was ist, wenn dies? Was ist, wenn das? Und diese Unsicherheit, die bringt dich auch wieder in diesen Überlebensmodus. Die bringt dich dahin so in Katastrophieren, in Dinge ausmalen, die noch gar nicht da sind. Wir sagen es ja oft den Männern, jede Woche sage ich das im Mindset-Core, mach dir erst Probleme, wenn du sie hast. Oder versuche erst, die Probleme zu lösen, wenn du sie hast. Nicht im Vorfeld. Weil im Vorfeld, dann zerdenkst du die Dinge. Da haben wir auch vor einigen Wochen mal drüber gesprochen, übers Zerdenken. Und diese Unsicherheit, das ist so, wir malen uns entsprechend halt die schlimmste Zukunft aus. Wir können uns dagegen nicht wehren, weil wir in unserem Kopf einen Negativity-Bias haben. Also den Drang dazu, das Schlechte zu sehen. Und dann rationalisieren wir das dazu, dass wir ja möglichst vorbereitet sind auf den schlimmsten Fall. Aber was wir eigentlich damit tun, ist uns sämtliche Lebensfreude zu rauben und damit aber auch unsere Attraktivität, um gar nicht so viel vorwegzunehmen, weil darauf kommen wir gleich aus, was entsprechend die Attraktivität ist. Und weil wir so viel katastrophieren und uns den schlimmsten Fall ausmalen, sind wir auch wieder nicht mehr wir selbst. Wir sind nicht zentriert. Wir können nicht attraktiv für die Frau sein, die wir gerade sehen, wenn wir darüber grübeln, was gleich passieren wird, was der schlimmste Fall wird, was ich dann und dann sagen soll, was sage ich als zweites, wenn ich sie angesprochen habe, was ist, wenn sie dies sagt, was ist, wenn gleich der Freund um die Ecke kommt. All diese Unsicherheiten sorgen dafür, dass du nicht du selbst bist. Und vielleicht hier ganz kurz den Begriff auch einfach mal geklärt, weil was heißt denn ich selbst oder nicht ich selbst, was heißt denn zentriert oder nicht zentriert? Zum einen kannst du das bestimmt intuitiv erspüren. Du weißt, wann du voll und ganz in deiner, man sagt ja auch in deiner Mitte bist. Diesen Zustand kennst du, den hast du schon mal gehabt. Da hast du einen Referenzwert für. Aber was bedeutet der wirklich? Es bedeutet, dass deine Worte, deine Taten und deine Gedanken alle ein und dasselbe zeigen. Dass du also synchron bist in dem, wie du dich gibst, in dem, wie du dich fühlst und in dem, was du tust. Und das ist ein Zustand, der attraktiv ist. Da bist du nicht, da versuchst du nicht, jemanden zu überzeugen. Weil wenn du versuchst, jemanden zu überzeugen, dann sagst du Dinge, dann tust du Dinge, die nicht synchron sind mit dem, was du wirklich denkst. Weil du denkst, ich bin nicht gut genug, aber du tust Dinge, die vielleicht suggerieren, hey, guck mal, wie toll ich bin. Also weiter könnte das nicht auseinander liegen. Wenn du dich nicht gut genug fühlst, aber versuchst, gut genug zu wirken, dann ist da eine riesen Diskrepanz drin. Das heißt, du bist nicht du selbst, du bist dann einfach nicht attraktiv. Diese Lücke, die müssen wir so gut es geht schließen. Da müssen wir auf einen Punkt kommen, wo wir uns, und genau das ist das Gegenteil von diesem Begriff der Unsicherheit, aber da kommen wir gleich dazu, wie Dominik gesagt hat, aber du musst diese Zweifel eliminieren. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich zu bieten habe, ich weiß, was ich jetzt zu tun habe und ich bin 100% okay mit allem. Das bedeutet es, bei dir selber zu sein, zentriert zu sein. Genau, genau. Und Zweifel ist auch schon der nächste Punkt, dieser drei. Angst, Unsicherheit und Zweifel. Zweifel ist nochmal ein Stück weiter unterschiedlich zum Thema Unsicherheit, weil Zweifel bedeutet so auch rein wortwörtlich. Also Zweifel kommt aus dem, oder hat zwei Silben, offensichtlich zwei, und Fell. Fell ist entsprechend eine Weiterentwicklung von dem Wort Falt. So, das kennen wir von, der ist aber einfältig. So, der hat halt nur, einfältig bedeutet, er hat halt nur so ein Gehirn oder so ein, so ein, ein, keine Falten in seinem Gehirn. Koalas zum Beispiel haben, haben keine Gehirnfalten. Die haben einfach eine sehr kleine Oberfläche in ihrem Gehirn und sind deswegen sehr, sehr dumm. Und das ist entsprechend auch damit gemeint, wenn jemand einfältig ist. Zweifältig bedeutet in diesem Sinne so, er ist hin und her gerissen zwischen zwei Wegen. Also Falt ist auch das Wort für Weg oder eine Art, so zum Beispiel vielfältig. So eine Kultur ist vielfältig. Ja, und, und Zweifel ist ganz wortwörtlich der Punkt so, du bist an einer Weggabelung und du weißt nicht, ob links oder rechts, ob Weg 1 oder Weg 2. Und was wir halt sehr oft machen, im Zweifel entscheiden wir uns immer für das bekannte Unglück anstatt für das unbekannte Glück. Und das ist so der Grund, warum du immer wieder, immer wieder im Kreis rennst in deinem Leben, warum sich nach Jahren immer noch nichts ändert, weil du dich immer wieder entscheidest für den Weg, der dir, der dir bekannt ist. Das machst du sehr, in vielen, vielen Fällen machst du das unbewusst. Deswegen ist Bewusstheit, Bewusstsein so der Schlüssel zu all dem, zu einem attraktiven Mindset. Aber kommen wir gleich noch darauf zurück im Detail. Aber das ist auch ganz interessant, wenn wir, wir sehen das auf kleiner Ebene, auf Mikroebene in unserem eigenen Leben. Wenn wir was kochen oder sowas und immer gleich kochen und dann feststellen wir, es schmeckt nicht und ich koche es dann trotzdem nochmal gleich, aber auch auf Makroebene in, 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 die du anziehst. Ja, genau. Absolut, genau. Die, die Art und Weise ist, ähm, so wenn wir uns immer wieder für das bekannte Unglück entscheiden, dann, du kannst dir das so vorstellen, du, du gehst einen dunklen Wald entlang, wo Räuber drin sind und die dir die ganze Zeit schon immer dein, dein Goldsäckchen klauen und dich überfallen und was auch immer und da sind ganz wilde Tiere drin und die wollen alle dein Bein essen und du gehst halt immer da lang und dann kommst zu einer Weggabelung und links ist halt weiter der dunkle Wald, den du schon kennst und rechts ist die, die bunte Blumenwiese. Aber die bunte Blumenwiese kennst du nicht, da könnten Gefahren lauern, von denen du nichts weißt. Deswegen lieber geh ich dann doch nochmal den dunklen Wald entlang, weil die, da weiß ich, welche Gefahren auf mich lauern. Ich weiß nicht, welches Monster auf der Blumenwiese auf mich lauert. Und das klingt so, das klingt so unlogisch, aber genau das machen wir, wenn wir nicht bewusst sind, was wir eigentlich tun und wenn wir uns immer wieder, immer wieder für den, für den Kreislauf entscheiden, immer wieder den dunklen Wald entlang gehen, immer wieder überfallen werden, immer wieder diese Tiere treffen, die uns, die uns fressen wollen, dann werden wir Stück für Stück darunter leiden. Stück für Stück wird ein Stück auf unserem, ein Stück von uns auf diesem Weg bleiben und irgendwann kommen wir zu einem Punkt, wo wir nicht mehr können und diesen Punkt nennen wir dann Krise. Und diese Krise ist dann so eine Lebenskrise zum Beispiel, eine Midlife-Crisis und so weiter, weil wir immer wieder uns für etwas entschieden haben, was nicht unserem eigenen Wesen entspricht, weil wir uns immer wieder für das unbekannte Glück entschieden haben, für das unbekannte Glück anstatt für das, ne genau, für das bekannte Unglück, so genau, wir haben uns immer wieder für das bekannte Unglück entschieden, anstatt für das unbekannte Glück. Und das spricht so viel für unsere Psyche als Mensch. Wir haben so viel Angst, wenn wir dem nicht bewusst sind, vor dem Unbekannten. Aber was wir damit tun, ist uns immer wieder für das zu entscheiden, was wir kennen. Wenn wir immer wieder die Entscheidung treffen, immer wieder den gleichen Weg gehen, dann können wir keine anderen Resultate erwarten. Wir müssen den unbekannten Weg gehen. Wir müssen die Sachen, die Entscheidungen treffen, von denen wir den Ausgang nicht kennen. Das ist ganz logisch. Wenn wir die Entscheidung treffen, vor deren Ausgang wir kennen, bekommen wir die gleichen Resultate. Und ich möchte hier kurz mal auch da Pause und ein bisschen weiter rein zoomen, weil ich spreche ja immer wieder mit euch in der Charisma-Analyse. Und ich merke ja, der Wunsch ist ja da. Ich will ja was verändern. Ich will ja was verändern. Ich merke ja, dass es so nicht weitergeht. Okay. Aber wenn du dann sagst, ich muss halt erst wissen, was ich tun muss, was ich anders tun muss, gib mir die Lösung, die ich jetzt anders machen muss, wo ich genau verstehe, warum das Sinn macht und wie das dann funktioniert und in welcher Zeitspanne ich dann neue Resultate erwarten kann. Also wenn du diese komplette Klarheit dir wünschst und du sagst, nur wenn ich all diese Facetten weiß, nur dann kann ich diesen Weg gehen, ja, dann bist du leider kein Deut, kein Schritt besser, also kein Schritt weiter. und das ist eine harte Wahrheit, aber ich muss dir das sagen, mein Lieber, weil du glaubst, okay, ich bin schon auf meinem Weg, ich möchte eine Lösung haben. Was ist denn jetzt diese Lösung und du suchst nach einer Lösung und wenn du meinst, hier ist eine, da, das ist vielleicht dieser Kurs oder das sind Videos im Internet oder das ist eine bestimmte Philosophie oder eine bestimmte Herangehensweise oder ein Buch, wo ein Leitfaden drinsteht oder was auch immer, aber wenn du dann diese Lösung, von der du glaubst, dass es die Lösung ist, nicht voll und ganz einfach mal machst, in der Gewissheit, dass du nicht weißt, was passieren wird, dann bringt es dir auch nichts. Du kannst kein Coaching beginnen und dann im Coaching sagen, naja, aber was passiert denn, wenn ich jetzt hier das mache oder wenn ich jetzt der Frau das schreibe oder wenn ich jetzt nicht ihr schreibe, wenn ich also jetzt mal nicht antworte auf das, was sie mir schreibt oder was auch immer das Szenario ist, dann kommt genau da wieder diese Unsicherheit. Ja, und das ist der kritische Punkt, mein Lieber, es ist wirklich, dieser Punkt ist sowas von relevant für jeden, egal in welchem Entwicklungsstadium du dich selber siehst, ob du noch komplett am Anfang bist, noch Jungfrau oder ob du schon 50, 70, 80, 100 Beziehungen hattest, wenn man das überhaupt Beziehungen nennen kann, aber sagen wir mal romantische Affären, Abenteuer und du beruflich erfolgreich bist und du in Anführungsstrichen weißt, was du willst, aber die richtige fehlt nach wie vor. Dieses Problem ist für dich exakt genauso relevant, weil du diese Unsicherheit nicht loslassen kannst und das darfst du, mein Lieber, du darfst den Schritt ins Ungewisse wagen und sagen, hey, ich habe keine Ahnung, null, was auf der anderen Seite mich erwartet. Null, null, ich weiß es einfach nicht, aber was ich bisher gemacht habe, funktioniert nicht. Ich werde es einfach machen. Ich vertraue da jetzt drauf. Ich vertraue ins Ungewisse und das ist, was wir immer wieder sagen, wenn wir sagen, vertraue auf den Prozess, weswegen Vertrauen so wichtig ist. Du kannst nicht erwarten, dass du mit einem Buch, einem Kurs, einem Tipp auf einmal sich alles verändern wird. Was sich verändert, ist lediglich, dass der Fokus auf das, worauf du jetzt unsicher bist, sich ein bisschen verkleinert hat. Du weißt jetzt ein bisschen mehr, was Sache ist, aber du hast quasi jetzt einfach nur reingezoomt und da ist jetzt wieder genauso viel Unsicherheit. Und da kann ich dir noch so viel Sicherheit geben. Ich kann dir noch so sehr sagen, was du in jeder Situation mit jeder Frau jemals sagen solltest, damit es in Anführungsstrichen funktioniert. Das wird dir nicht die Unsicherheit nehmen. Die kannst du dir nur nehmen, wenn du bereit bist, diesen Schritt zu wagen. Zu sagen, hey, ich bin jetzt wirklich mal okay damit, dass ich keine Ahnung habe, was auf der anderen Seite des Ufers liegt, was auf der anderen Seite der Straße ist. Ich gehe jetzt trotzdem den Weg. Ich vertraue da jetzt einfach drauf. Das ist ganz wichtig. Ja, Dominik. Ja, ganz genau. Also das trifft halt den Kern auf so, weil wenn wir nach Angst, Unsicherheit und Zweifel handeln, wenn wir dadurch gesteuert sind, weil wir uns dadurch steuern lassen, nicht weil das irgendjemand von außen macht, das ist ganz wichtig. Die Macht bleibt immer bei uns, bei allem, was wir tun. Niemand von außen hat Macht über uns, es sei denn, wir geben ihm die Macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns dadurch leiten lassen, weil wir uns dafür öffnen, für Angst, Unsicherheit und Zweifel, sind wir formbar, sind wir Schafe. Wir folgen demjenigen, wir folgen der schlimmsten, katastrophalsten Nachricht. Wir folgen der anderen Person, was auch immer die, aber vielleicht nicht unsere, das Beste für uns im Sinn hat. Und dann kommen so Situationen zustande, die wir dann auch oft in der Charisma-Analyse hören, so von, ja, ich erzähle was in der Gruppe und dann irgendwie beachtet mich keiner, aber dann jemand anders erzählt das Gleiche und plötzlich lachen alle. So, das ist halt genau so eine Sache, weil du diese Unsicherheit ausstrahlst, weil du die Zweifel ausstrahlst, weil du die Angst ausstrahlst und dieser andere ist halt dann das Nicht, der ist anziehender, der ist charismatischer, der ist magnetischer, weil er weniger grübelt, weil er weniger darüber nachdenkt, was alles im schlimmsten Fall passieren könnte und das aber auch über einen längeren Zeitraum gemacht hat. Ja, also auch entsprechend das Teil seiner DNA geworden ist. Und wenn wir halt, wenn wir, wenn wir weiter halt so diese, nach diesem Schema denken, Angst, Unsicherheit und Zweifel, dann sind wir auch sehr, sehr leicht dazu, dazu, also wir teilen die Welt zum Beispiel sehr leicht im Gut und Böse. Wir sind sehr leicht dazu zu bringen, das Böse im Menschen zu sehen. Der Idiot da vorne hat mir die Vorfahrt genommen, was ein Arschloch und so weiter. Wir greifen dann die Person an und der meint es direkt böse, das ist direkt eine böse Person und so weiter und der ist schlecht und der ist blöd und diese Gruppe von Menschen ist, von der solltest du dich hüten und so weiter. Das kommt zur Verurteilung. Also wenn wir in diesem Mindset von Angst, Unsicherheit und Zweifel sind, dann verurteilen wir andere für irgendwas, dafür, dass sie leben und wie sie leben, aber wir verurteilen auch uns selber dafür, dass wir jetzt nicht auf diese Frau zugegangen sind. Ach, was bin ich doch für ein Idiot, ich habe das schon wieder nicht gemacht. Und dann erhöhen wir noch mehr Druck und als ob das dadurch irgendwie besser werden würde. Weil wir einfach schon direkt in diesen negativen Emotionen sind, in diesen negativen Schwingungen sind. Kleine Randanmerkung, es gibt keine negativen Emotionen, es gibt einfach nur Emotionen und man spricht dann in der Psychologie von Valenzen. Jede Emotion hat seine Daseinsberechtigung, so um den kleinen Randarm mal zuzumachen. Aber attraktiv ist halt derjenige, der halt in diesen Kategorien, in diesem Mindset nicht ist, weil er, wie wir es gerade schon gesagt haben, wie Andi jetzt gerade auch schon mal noch mal so weiter ausgeführt hat, ist, wenn du zentriert bist, wenn du in dir selber ruhst, weil dann schaust du nicht mehr überall, wo die Gefahr ist. Ob jemand irgendwie dir was Böses möchte, ob du gerade das Richtige gesagt hast oder das Richtige getan hast, ob du gleich das Richtige tun wirst. Ja, dann schaust du da nicht mehr danach, sondern du vertraust in dir. Und das ist dann der Punkt, wo dann auch so, wo die Welten von nicht nur so, ich habe ein attraktives Mindset sitzt, sondern wo das auch mit der Welt von Verführung zusammenstößt. Weil, wie du auch immer sagst, Andi, wenn Verführung ist, es dem anderen erlauben, es sich bei dir frei zu entfalten. Und jetzt überlegen wir mal so, wie können wir es erlauben, dass sich jemand anderes bei uns frei entfaltet? Indem wir die ganze Zeit Angst ausstrahlen, Unsicherheit ausstrahlen, indem wir den anderen verurteilen oder indem wir dem anderen einen sicheren Raum geben, in dem er einfach frei sein kann. So sein kann, wie er möchte, ohne Verurteilung, ohne dass wir ihn bewerten, sondern dass wir ihn mit Liebe annehmen, wie er oder sie ist. Und das können wir nicht, wenn wir in Angst, Unsicherheit und Zweifel denken. Und was tun wir, wenn wir nicht in uns vertrauen können? Wenn wir sagen, Mann, das ist ja gerade mein Problem. Ihr habt ja echt, ihr zwei Jungs, ihr habt das ja jetzt gerade Nagel auf den Kopf gehauen. Ich habe kein Selbstvertrauen. Ich kann nicht in mich vertrauen. Okay, nicht nur können wir das verändern und können dich auch relativ fix wieder an einen Punkt bringen, wo du Selbstvertrauen hast, aber du brauchst es nicht mal. Wenn du dir selber da nicht vertraust, dann gibt es Alternativen, denen du vertrauen kannst. Darum poche ich so auf den Begriff vertrauen. Du kannst auf den Prozess vertrauen. Du kannst auf das Universum vertrauen. Wenn du gläubig bist, kannst du auf Gott vertrauen. Du kannst auch auf die Frau vertrauen. Du kannst darauf vertrauen, dass sie es gut meinen mit dir. Du kannst darauf vertrauen, dass sie ein Stück der Verführung mit übernehmen wird. Dass das nicht alles an dir hängen bleibt. Dass du nicht 100% von der Energie und dem Aufwand betreiben wirst, sondern dass, Mann, Woody Allen hat dazu gesagt, 80% des Erfolges ist es einfach nur aufzukreuzen. Einfach nur im richtigen Raum zu sein. Und dann darauf zu vertrauen, dass der Rest auch sich erübrigen kann. Dass der Rest auch irgendwie kommt, ohne dass du weißt, du musst einfach ins Ungewisse springen. Du musst es einfach machen. Mein Lieber, das ist das Bottom Line. Einfach machen. In der Suche nach Gewissheit verlierst du dich und verlierst du dich und verkopfst einfach. Aber wir sind auch gar nicht bei der großen Alternative angekommen. Also quasi dem Spiegelbild von Angst, Unsicherheit und Zweifel. Da würde ich tatsächlich direkt gerade überleiten, weil es auch einfach so gerade so von der Stimmung her passt. Denn wenn wir so darüber nachdenken, okay, ich sollte halt nicht mehr ängstlich sein. Ich sollte keine Angst mehr haben. Was denn ja stimmt. Ich muss einfach mutig sein. Und ja, das geht in die richtige Richtung, aber Mut ist nicht das Gegenteil von Angst. Also es ist immer noch so sehr, sehr überraschend für mich, dass das immer noch so landläufig der Glaube ist, dass Mut das Gegenteil von Angst ist. Aber Mut ist Handeln trotz der Angst. Wir haben alle Angst vor irgendetwas, aber es ist die Entscheidung, ob wir uns davon leiten lassen oder nicht. Und wenn du dir irgendein Captain America Movie im Fernsehen anschaust, dann wirst du auch sehen, so, er zweifelt an sich, er ist unsicher, er hat Angst, aber er handelt trotzdem, weil er sich nicht von diesen Emotionen leiten lässt, sondern er lässt sich von seinem höheren Selbst, seinem klaren Ideal leiten. Und was ist dieses klare Ideal? Weil wenn wir uns nämlich auch Mut anschauen, das geht nämlich in die richtige Richtung, was das Gegenteil von Angst ist. Mut ist so der erste Schritt dazu, weil Mut, ein anderes Wort für Mut ist Courage. Und Courage kommt vom lateinischen Wort für Herz, und Herz ist genau das Ding, was assoziieren wir mit Herz? Liebe. Das haben wir jetzt schon ganz, ganz oft hier in einem Podcast in ganz vielen Folgen gesagt, Liebe ist das Gegenteil von Angst. So, warum? Wie macht das Sinn? Wenn du dich aus Angst leiten lässt, dann entscheidest du aus deinem, dann lässt du dich von all dem Zerdenken in deinem Kopf leiten. wenn du dich aus Liebe für etwas entscheidest, dann entscheidest du dich auch für Selbstliebe. Wenn du zum Beispiel jetzt dieser Frau endlich sagen möchtest, was du für sie empfindest, ob das jetzt so eine gute Strategie ist oder nicht, aber dann entscheidest du dich wahrscheinlich in diesem Moment für das Beenden des unsäglichen Limbos an Leid, indem du nicht weißt, was Sache ist, indem du endlich mal die Klarheit haben möchtest, ein wichtiges Schlüsselwort auch, indem du endlich mal die Klarheit haben möchtest, was jetzt endlich mit zwischen euch ist, ob sie dich nun mag oder nicht. Und dann fasst du dir ein Herz, ja, Sprache ist einfach so präzise, wenn es sowas angeht, du fasst dir ein Herz und sagst dir, okay, ich will jetzt die Klarheit haben, ich will das herausfinden, magst du mich oder magst du mich nicht? Und dann wird halt irgendeine Antwort kommen. Aber du entscheidest dich in diesem Moment für die Liebe zu dir selbst, dass du nicht mehr leiden möchtest. Du bist dir in diesem Moment mehr wert als dieses unsägliche Leid, was dir dein Denken durch Angst und Unsicherheit und Zweifel im Kopf verursacht hat. Liebe ist das Gegenteil von Angst. Und wir können nur lieben, wenn wir uns selbst lieben. Wir müssen uns für uns selbst entscheiden. Das ist der, das ist die, 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 die universelle Wahrheit dazu. Also es ist so, es ist so, so augenöffnend, wenn du das erstmal so siehst, wenn du dich erstmal, wenn du erstmal dich auf dem Weg befindest und dich für dich selbst entscheidest, für das, was dir gut tut, das, was selbstwertförderlich für dich ist, was dir mehr Selbstbewusstsein gibt, was dir ein Gefühl gibt von Zentriertheit, wie wir es gerade schon gesagt haben. Und das mal eine Zeit lang machst, dann wirst du spüren, dass deine Angst, deine Zweifel, deine Unsicherheit immer weniger wird, weil du immer mehr vertrauen, auch ein Schlüsselwort, was wir jetzt schon genannt haben, weil dein Vertrauen in dich selbst immer mehr wächst. Du kannst nur anderen vertrauen, wenn du in dir selber schon zumindest den Funken von Selbstvertrauen hast. Darüber musst du jetzt noch ein bisschen mehr reden, weil ich habe ja tatsächlich gerade das Gegenteil gesagt. Ja. So wie du es gesagt hast, ist ja, dass du dir das Vertrauen, dass du dir das Vertrauen als Proxy holen kannst, von, ich vertraue da wenigstens auf den Prozess. Ja, aber wer macht denn den Prozess? So, der, ich kann ja nur dem Prozess vertrauen als Proxy, wenn ich weiß, okay, ich habe ein Grundvertrauen, dass irgendwie alles gut wird in meinem Leben. Ich habe ein Grundvertrauen, dass, okay, das macht Sinn, was zum Beispiel dieser Prozess mir suggeriert, was dieser Prozess mir sagt und ich folge diesem Prozess. Das heißt, ich glaube zumindest, ich habe ein Vertrauen darin, dass mich eine gute Zukunft erwartet. Also dieses Vertrauen in dich selbst ist eine Meta-Ebene von dem Ganzen, ein Schirm, das dem Ganzen übergestülpt ist. Und wenn wir wenn wir halt entsprechend so einen Proxy nehmen wie einen Prozess, ich vertraue jetzt dieser Person, dass sie mich da hinbringt, ich vertraue diesem Prozess, dass er mich da hinbringt, dann ist das ein anderes Vertrauen, als wenn wir jetzt davon sagen würden, ich kann heutzutage niemandem mehr vertrauen, die sind alle nur hinter meinem Vermögen her oder was auch immer. Dann ist das ein Misstrauen in die Menschheit. Und du bist Teil der Menschheit und damit sagst du auch, dass du dir selber nicht vertraust. Ja. Das ist Teil von weiterhin so mehr Zweifel schüren, mehr Unsicherheit schüren, das ist mehr Angst schüren und dadurch schottest du dich immer mehr ab und dadurch sinkt die Polarität deines Magneten. Wenn wir wenn wir wenn wir anderen Menschen sagen, dass wir das gerade mal beenden, wenn wir anderen Menschen sagen oder auch durch durch unsere Energie zeigen, dass wir ihnen nicht vertrauen, dass wir sie nicht mögen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir alleine sind, dass wir keine Menschen um uns herum haben. Ja. Genau, das ist der das ist der Punkt. Es gibt da einfach eine Wechselwirkung. Ja. Wenn du in dich vertraust, dann vertraust du auch mehr in andere. Wenn du in andere vertraust, dann vertraust du auch mehr in dich, weil du halt du vertraust dem Großen und Ganzen. Vertrauen ist ist Vertrauen ist sich etwas hingeben, wohlwissend, dass alles gut wird. Ja. Ob das jetzt dir selber dich hingebend ist oder in einen Prozess oder in eine andere Person, in die Liebe, in Gott, in was auch immer. du gibst dich in andere Hände, wenn du so willst. Und da ist einfach eine Wechselwirkung, weil sobald du vertraust, vertraust du dir auch selber. Vertraust du, dass du deinen Platz in diesem System, in dieser Welt auch finden wirst. Und bei also so hast du es denke ich ganz gut erklärt, dass da keine Verwirrung kommt von wegen so Mist, ich soll also doch, ich brauche zuerst Selbstvertrauen. Was ich nicht möchte, ist, dass die Zuhörer dann denken, Shit, ich muss immer weiter an mir arbeiten, ich bin nie gut genug. Das ist halt auf gar keinen Fall. die Botschaft. Genau. Und dieses Selbstvertrauen erlangst du halt auch dann nicht, indem du dir zum Beispiel immer wieder Versprechungen machst, dass du morgen anfängst zu joggen oder sowas und das dann nicht machst, weil das genau sowas schädigt dann mit dem Selbstvertrauen. Also du musst halt nicht, weil du dir halt ein Versprechen machst und es nicht einlöst. Aber darüber haben wir auch mal eine ganze Folge gemacht. Oder kannst du mal runterscrollen. Vertrauen, Liebe. Also Liebe ist eigentlich der Oberbegriff nochmal darüber. Du entscheidest dich für die Liebe, für das, was, es klingt auch immer so kitschig, das ist so sehr schade, weil Liebe eigentlich genau das ist, was Menschen verbindet. Liebe ist auch das, was Selbstbewusstsein ausstrahlt. Und Selbstbewusstsein bedeutet halt auch nicht, dass du irgendwie, dass es zu viel Selbstbewusstsein geben kann, es kann auch nicht zu viel Liebe geben. Das ist dann die Angst davor, dass wir irgendetwas Falsches machen schon wieder. Es gibt nicht genug Selbst, also du kannst nicht zu viel Selbstbewusstsein haben. Wir haben dann Angst davor, irgendwie arrogant zu sein und so weiter. Und das ist halt nicht Selbstbewusstsein, das ist Stolz. So, aber kommen wir zum Gegenteil von Unsicherheit. Und Unsicherheit ist ein, das ist sehr bekannt geworden, 2010er noch, in den 2010er Jahren nochmal durch Breaking Bad. Aber nicht aus dem Grund, was du jetzt wahrscheinlich denkst, sondern Breaking Bad. Du kannst dir vorstellen, warum, Andi? Warum jetzt nochmal Unsicherheit? Vielleicht ist mein Gedanke, mein Gedankengang auch total absurd, aber kannst du dir vorstellen, warum Unsicherheit nochmal durch Breaking Bad bekannt geworden ist? Warum? Du meinst, warum Breaking Bad durch Unsicherheit bekannt geworden ist? Oder warum Unsicherheit durch Breaking Bad bekannt ist? Warum immer mehr, immer mehr Leute seit Breaking Bad oder als Breaking Bad gelaufen ist, über Unsicherheit gesprochen haben? Hm, ja, vielleicht wegen der Thematik, dass aus einem scheinbar guten Mann ein böser Mann werden könnte in den falschen Umständen? Interessant, aber, aber nein, vielleicht ist mein Gedanke auch zu, also vielleicht ist es ja auch so, vielleicht ist mein Gedanke auch zu, zu abstrakt, weil er sich Heisenberg genannt hat und das Heisenbergsche Unsicherheit oder Uncertainty Principle und das trifft halt genau den Nagel auf den Kopf. Wenn wir auf den, auf die Testergebnisse mal zurückschauen, so du hast einen medizinischen Test gemacht und bekommst am Freitag und bekommst am Montag dann erst das Ergebnis und machst dir den ganzen Wochenenden den Kopf da drum, was kommt dabei heraus? Um der Unsicherheit entgegenzukommen, müssen wir ganz, ganz viele Informationen sammeln und, oder die Informationen sammeln nicht ganz, ganz viele, so das, das ist dann auch, genau so Paradox of Choice. Wir müssen die Informationen sammeln, die uns die Ruhe bringen, die uns Klarheit bringen. Klarheit ist das, das, das große Schlüsselwort, das große Gegenteil von Unsicherheit, weil solange wir halt nicht das Testergebnis bekommen, sind wir todkrank und kerngesund, gleichzeitig. solange bis wir drauf schauen oder solange bis wir halt das Ergebnis bekommen und vorher können wir halt nichts machen, bis wir die Box aufmachen, in der die Katze ist, ist sie tot und lebendig. Wir wissen es nicht. In dem Moment, in dem wir schauen, haben wir Klarheit. Aber wir können halt übers Wochenende nicht schauen. Warum sich da deswegen den Kopf zu zerbrechen? Und das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. So, wir wissen das, dass wir das nicht tun sollen. Warum tun wir das? Weil wir das auf irgendeine Weise brauchen. Wir brauchen diese Unsicherheit, um uns lebendig zu fühlen. Und diese Lebendigkeit, dadurch entsteht so eine gewisse Unruhe in uns. Und dadurch werden wir süchtig. Und eines der Grundprinzipien von Emotionen ist, dass erstmal jede Emotion süchtig macht und Schritt zwei ist, die stärkste, die intensivste Emotion macht am schnellsten süchtig. Und Schritt drei ist dann nochmal, wenn mehrere Emotionen in uns vorherrschen, dann entscheiden wir uns immer für die dominantere. Aber die, die, dadurch, dass wir, dass wir so uns da reinsteigern, in was wäre wenn, in das Katastrophalisieren von einem, einem möglichst negativen Testausgang und so weiter, dadurch verstärken wir diese, diese, ähm, diese Angst in uns. Und das wird dann unsere dominante Emotion. Und dann ist es wahrscheinlicher, dass wir dieses Ziel auch dann anziehen, wie als Magnet. So, Beispiel. Du bist so wahnsinnig unsicher, ob du diese Frau ansprechen solltest, ob sie auf dich steht oder nicht. Und du, du, du machst dir in deinem Kopf, malst dir die schlimmsten Bilder aus und dann irgendwann sagst du, ach okay, der Druck ist groß genug, jetzt gehe ich da einfach dahin. Und weil du so unsicher bist und weil du dir die ganze Zeit die schlechten Bilder ausgemalt hast, hast du eine ganz andere Ausstrahlung, ein, du bist nicht präsent, du bist nicht du selbst, du bist nicht, du bist nicht dein, dein Bestes selbst. Und sie kann gar nicht anders, als dich abzuweisen. Weil da auch einfach eine ganz, ganz komische Energie rüberkommt. Weil du vielleicht, ähm, sehr rational sprichst, nicht du selbst bist, nicht authentisch bist. Und das ist dann ein, ein Mann, den diese Frau vielleicht nicht kennenlernen möchte. Anderes Beispiel kennst du vielleicht auch, wenn du mal mit einem Fahrrad über, über so eine Straßenlinie gefahren bist und dann gesagt hast, oh, jetzt bloß nicht links rüberkippen, dann hast du dich darüber, darauf konzentrierst, jetzt bloß nicht links rüber zu kippen und genau das ist passiert. Du hast dich auf das konzentriert, was du nicht möchtest und hast das angezogen. Statt dich auf das konzentrieren, was du möchtest oder, jetzt in diesem Fall nochmal zum Testergebnis zu kommen, alle Informationen zu sammeln und dich dann dazu entscheiden, dass die Informationen das aussagen, was du haben möchtest. Die Klarheit da zu finden. Und solange du die Informationen nicht hast, keinen Gedanken an was wäre, wenn, zu verschwenden. Lieber Informationen sammeln. Ein anderes Beispiel kann ich nochmal dazu nochmal sagen, habe ich in einem anderen Podcast nochmal gesagt, vor einigen Jahren hatte ich so starke Turbulenzen in einem Flugzeug und hatte ich vorher noch nie gehabt und das war so sehr, sehr, sehr schockierend für mich und ich habe mir dann sehr gut, so sehr, sehr, wie sagt man, diszipliniert eine Flugangst antrainiert. Habe ich richtig gut gemacht. Es hat super schnell geklappt und das hat dann auch eine Zeit lang gedauert, bis ich mir sie wieder abtrainiert habe. Aber wie habe ich sie mir abtrainiert? Hält noch ein bisschen an, oder? Hält noch ein bisschen an, oder? Ja, okay, genau, richtig. Ja, weil da, ja, weil dann hast du die Informationen gesammelt. Genau. Weil mit manchen Flugzeugen willst du ja nach wie vor nicht fliegen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, genau, genau. Das finde ich, finde ich weird. Die haben einfach dieses Flugzeug, was zweimal, was in einem Monat zweimal abgestürzt ist, haben sie einfach umbenannt und tun jetzt so, als ob es ein anderes ist. So, frech. Aber, ähm, genau. Aber die Informationen haben dir geholfen, weil jetzt fliegst du einfach mit anderen. Ja. Genau, unter anderem das, aber auch so, ähm, ich weiß dann jetzt, was Turbulenzen sind. Ich weiß jetzt dann, wenn irgendwie im Flugzeug das Ding angeht, dass einfach nur, äh, Stuart de Susi Saft von hinten haben möchte und gerade nicht durchkommt oder so. Und, ähm, aber wenn ich das halt nicht weiß, dann füttert genau das, dieses, was ich nicht weiß, in meine Angst rein. Also, was ist denn der komplette Unterschied zu Angst, Unsicherheit und Zweifel? In dem Fall müssen wir einfach genau das Gegenteil, ne, dazu tun. Und, ähm, also statt halt so uns völlig Katastrophen im Kopf zu zerdenken und auf der Stelle stehen zu bleiben, mutige Entscheidungen treffen mit einem klaren Resultat, das wir sehen wollen. Also mutig, Liebe, ja, ähm, Entscheidung, das Gegenteil von Zweifel und wir wollen ein klares Resultat sehen. Das heißt, wir werden uns auch darauf, darauf einschwingen. Und das ist auch noch was, was wir vielleicht noch gleich mal anschneiden können, das Reticular Activation System, dass wir auch entsprechend, wenn wir ein klares Resultat sehen wollen, dann auch immer wieder Beweise dafür finden, dass wir dieses Resultat erreichen. Ähm, also es ist halt so ein, so eine Funktion in unserem Gehirn, ähm, das, äh, das ganz biologisch auch zeigt, dass wir unsere Ziele erreichen, wenn wir uns darauf, darauf fokussieren. Aber das ist genau das Ding so. Wir, wir dürfen, so wie, jetzt gerade das Beispiel, was ich gemacht habe von, von, von Captain America, der trotzdem Angst, Unsicherheit und Zweifel hat, aber sich trotzdem für sein höheres Ideal entscheidet und trotz seiner Angst handelt und deswegen mutig ist. Nicht, er ist erst mutig und handelt deswegen. Das heißt, anstelle von Angst, Unsicherheit und Zweifel, machen wir genau das Gegenteil. Wir gehen in die Liebe, wir holen uns Klarheit und wir treffen eine Entscheidung. Wir machen das komplette Gegenteil und damit kommt auch das Vertrauen in dich selber, das Vertrauen in den Prozess. Damit findest du zu deiner Mitte, du bist synchron in deinen Worten, Gedanken und Taten und das ist anziehend. Damit bist du stärker in deinem Pol vertreten. beim Tantra spricht man da auch von männlichem und weiblichem Pol, wovon wir auch alle beides haben, sowohl Männer als auch Frauen, wir haben beides in uns und dort einfach zu seinen anziehenden Polen zu finden, bedeutet das? Das heißt, was heißt das denn, wenn wir konkret in die Liebe gehen, anstelle der Angst? Was heißt, wenn wir konkret in die Klarheit gehen, anstelle der Unsicherheit? Und was heißt, wenn wir eine Entscheidung treffen, anstelle der, nee, anders war es. Doch, genau, was heißt, wenn wir eine Entscheidung treffen, anstelle des Zweifels? Es bedeutet, im Grunde genommen, dass du das verkörperst, was wir seit 87 Podcast-Folgen und einigen weiteren Jahren an Coaching-Content schon längst sagen und das ist, wenn du einer Frau verkörpern kannst, ich will, so, das ist Klarheit, das ist nicht, ich hätte gerne, es wäre schön, naja, man könnte ja, hm, es wäre eigentlich ganz nett, wenn, nein, ich will Klarheit. Was will ich? Triff eine Entscheidung. Ich will dich. Ich will dich. Da haben wir die Klarheit, da haben wir die Entscheidung. Was ist mit der Liebe? Ich will dich. Und ich bin vollkommen okay damit, wenn du nicht dasselbe möchtest. Ich will für dich das Beste. Das heißt, du hast das Ich will dich, das ist die Klarheit, das ist, wenn du so willst, auch die männliche Energie, ja, das ist hier die Richtung, das ist der Vektor, das ist, boah, das ist Kraft, das ist ein frischer Wind von Klarheit und wenn, wenn all die anderen Kerler ihr irgendwie nur so Blicke hinterher werfen, aber sich nicht wirklich trauen zu sagen, was sie wollen, sich nicht trauen zu flirten, sich nicht trauen davor zu sagen, boah, du bist mir gerade aufgefallen und meine Güte, wer bist du denn? Du haust mich vom Hocker, ich bin Andi, hi. Ja, wenn du das machst, weil es einfach ein komplett frischer Wind ist, weil sie das nicht gewohnt ist, weil die meisten Kerle einfach rumdrucksen und so tun, als würden sie, ähm, ja, sag mal, weißt du, wie viel Uhr es ist oder wie findet man denn hier zum Rathaus? Das ist keine Klarheit. Du bist nicht synchron. Du sagst nicht das, was du wirklich denkst, wirklich fühlst. Also, wenn du diese Klarheit bringst und sagst, boah, du bist umwerfend, warst du früher bei Latenzerin oder so, also wie du gerade hier den Raum betreten hast, das ist, das hat er ganz, hi, ich bin Andi, das ist Klarheit, ja, da ist auch ganz klar die Entscheidung, ich wollte, zu dir, ich bin nicht einfach nur irgendein Gigolo, der mit tausend Frauen schläft, nein, ich kann mich entscheiden, ich will die eine kennenlernen. Ja, auf dem Weg dahin bin ich unabhängig und ich werde Abenteuer schreiben, weil davon lebt Unabhängigkeit, aber wenn ich sie gefunden habe, dann bin ich hundert Prozent committed. Du bist die eine und jetzt bin ich für dich da. Wenn du sie gerade erst kennengelernt hast, dann weißt du das natürlich noch nicht, aber das ist möglich, dass sie die eine ist. Im Moment will ich dich kennenlernen und niemand anderen und das ist Klarheit. Und die Liebe, das Gegenteil der Angst, um diese Angst zu überbrücken, dass du es auch tust, die Liebe kommt dann, wenn du unabhängig bist. Wenn du sagst, ich brauche aber kein Ergebnis von dir. Es muss nicht sein, dass du mir jetzt genau dieselben Gefühle schenkst, die ich dir schenken möchte. Es muss nicht sein, dass du mir antwortest, wenn ich dir schreibe. Es muss nicht mal sein, dass du mir Beachtung schenkst. Du kannst mich ignorieren, Scheiße finden, du kannst schon längst vergeben sein. Das ist alles komplett in Ordnung für mich. Nicht nur ist es in Ordnung für mich, ich freue mich für dich. Weil das heißt ja, dass du den richtigen schon gefunden hast. Ich bin voller Liebe für dich. Und wenn du den richtigen noch nicht gefunden hast und du einfach selber gerade einen schlechten Tag hast, dann verstehe ich das und ich wünsche dir einen guten Tag, ohne dass ich mich dir aufdränge. Das ist Liebe. Aber das kannst du erst erfahren, wenn du die Klarheit hast und die Entscheidung getroffen hast und hingehst. Und dein, in Anführungsstrichen, aber so ist es dann halt auch, dein Mann stehst. Ich kann dazu aber auch genauso sagen, deine Frau stehst, weil das ist Unisex. Völlig egal, ob Mann oder Frau oder irgendwas dazwischen. Stehst du dem, was du denkst, was du glaubst und dementsprechend werden andere das auch anziehend finden. Ja. Ist das klar genug oder sollen wir auf einen Punkt noch? Ich habe das gerade noch angepinnt, das Reticular Activation System. Das wird jetzt hier noch die Folge komplett sprengen. Da können wir vielleicht mal ein anderes Mal drüber sprechen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr auf YouTube seid, ob ihr darüber noch mehr erfahren möchtet. Schreibt uns eine Nachricht auf Instagram. Genau, auf Instagram. Wenn wir nämlich nach Liebe, Klarheit und Entscheidung handeln und ein gewisses Ziel, ein gewisses Resultat sehen möchten in unserer Welt. Zum Beispiel, indem wir auch einfach dann selbstwertförderlich interpretieren. Also du sprichst eine Frau an, du hast die Situation, Frau sprichst du an und jetzt würde ich sagen, sie ignoriert dich. Das ist halt schon eine Wertung, dass sie dich ignoriert. Aber nehmen wir einfach jetzt mal für dieses Beispiel an, du sprichst sie an, sie ignoriert dich. Und dein altes Ich hätte jetzt gesagt, ja stimmt, war ja klar, sie mag mich nicht. Dann findest du genau die Muster, genau das, was du sowieso schon glaubst und glauben möchtest, weil sich das so gut anfühlt, weil das weiterhin deine Angst füttert, in dein nicht gut genug sein reinfüttert. Du findest Beweise dafür. Du interpretierst die Situation, die auch anders sein könnte. Also die du auch anders interpretieren könntest. Die interpretierst du selbstwert zerstörend. Du fühlst dich danach nicht besser. Du fühlst dich danach wertloser. So, du könntest aber auch, gleiche Situation, du sprichst sie an, sie in Anführungszeichen ignoriert dich. Du könntest dir aber denken, oh, das ist aber süß, sie ist so schüchtern, dass sie jetzt hier von einem so tollen Mann wie mir angesprochen wird, dass sie gar nicht irgendwie weiß zu reagieren und wie ein Reh in Schockstarre verfällt. Scheiße, genau. Genau. Und beides ist richtig. Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen so, nee, das zweite ist ja absolut Quatsch. Das ist ja offensichtlich nicht so. Woher willst du wissen, dass die erste Variante wahr ist? Beide Varianten sind gleich wahr. Unsere Realität ist unsere Wahrnehmung. Was wir wahrnehmen, bestimmt unsere Realität. Und wenn du dich darauf konzentrierst, dass du wahrnehmen möchtest, dass wenn eine Frau selbst nicht auf dich reagiert, dass sie dich trotzdem toll findet, dann aktivierst du dieses retikuläre Aktivierungssystem, das Reticular Activation System, in deinem Gehirn, was davon gespeist wird, von all deinen Sinneseinflüssen und damit vergleicht, was du über die Welt glaubst, was du über dich glaubst und dann nur die Informationen reinlässt, die dafür relevant sind. Das ist wie ein Türsteher in einem Club, der dir sagt, du kommst mit diesen Schuhen nicht rein, weil der darauf geprimt ist, dass du nicht mit Sneakern in den Club heute Abend reinkommst. An einem anderen Tag wird er vielleicht gesagt, bekommst du heute nur casual und dann kommst du halt mit weißen Sneakern in den Club, weil er darauf achtet. Und genau das lässt er dann auch in den Club rein. Und genau so hast du diesen Türsteher, diesen Filter in deinem Kopf. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass du dann, selbst wenn du vielleicht noch die Unsicherheit hast und gerade auf dem Weg bist, das zu überwinden, um Angst, Unsicherheit und Zweifel zu überwinden. Mutige Entscheidungen treffen mit klarem Resultat. Was willst du sehen, wenn du diese Entscheidung triffst? Und dann gehst du darauf los. Und dann findest du Beweise dafür, dass dieses Resultat eintreten wird. Und dein Gehirn wird dir da der beste Wingman sein. Denn dein Gehirn wird dir da im Laufe der Zeit immer mehr Beweise für finden. Die kleinsten Beweise, vor denen du vor zwei Wochen noch gedacht hast, vor denen du vor zwei Wochen nicht mal wahrgenommen hast oder gedacht hast, das ist ja das Gegenteil davon. Das Gegenteil, was ich eigentlich glauben möchte. Aber du glaubst halt nur, das, was du jetzt gerade schon siehst, wenn sie dich ignoriert, dass sie dich nicht mag, einfach nur, weil sich das so stark anfühlt, weil das eine starke Emotion ist, schon wieder abgelehnt zu werden. Das füttert weiter in deine Angst und weil du das so oft schon gefühlt hast. Das ist einfach nur eine Gewohnheit. Das ist ein starkes, intensive Emotion plus Gewohnheit. Und genau das Gleiche können wir für uns nutzen. Intensive Emotionen, dich intensiv darüber freuen, dass sie so schüchtern sind, mit dir nicht zu sprechen und das oft genug machen. Und zack, hast du eine andere Realität. Ich kann verstehen, wenn das für dich, wenn der erste Schritt für dich dort schwierig erscheint. Aber du brauchst nicht alleine zu gehen. Du kannst dir Gleichgesinnte holen. Du kannst in diesen Schritt gehen mit jemandem, der genauso weit ist wie du oder weiter ist sogar, der aber weiterhin auf seiner Reise ist. Such dir diese Menschen, mein Lieber. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und wenn du bisher in deinem Umkreis, in deinem Umfeld nur Kritiker und Nörgler hast, die was dagegen haben, wenn du wächst, wenn du dich mit Wachstum beschäftigst, dann ist es an der Zeit, neue Menschen zu finden, mit denen du gemeinsam wachsen kannst. Das heißt nicht, dass du alle Menschen, die aktuell in deinem Leben sind, direkt verbannen sollst. Aber es heißt, dass du vielleicht die Türen öffnest, um mehr Menschen in dein Leben zu ziehen, die genauso ticken wie du, dasselbe wollen wie du, die für Frauen ein Geschenk sein wollen, die nicht nur zu Hause sitzen wollen und sich beschweren wollen, sondern die eine schönere Realität für sich und für die Frauen und die Menschen in ihrer Umgebung und ihrer Nähe erschaffen wollen, damit jeder in deiner Nähe ein schöneres Leben hat und sich das Ganze verbreiten kann wie ein Lautfeuer. Wir müssen anfangen, andere zu inspirieren dazu, dass sie genauso frei sein können, genauso selbstbewusst sein dürfen, dass sie genauso ihre Angst, ihre Zweifel, ihre Unsicherheit loslassen dürfen und ersetzen können mit Liebe, mit der Entscheidung und mit Klarheit. Wenn du diesen Weg mit uns gehen möchtest, dann weißt du, wo du uns findest. In der Beschreibung findest du den Link www.flirtanalyse.de für deine kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse und wo auch immer dein Weg dich hinführt, solltest du mit dem Auto fahren, dann war bitte vorsichtig. ich bin nicht ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.